Du hast den Gamewinner erzielt, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie ist es dazu gekommen? Das war ein sehr guter Pass von Broda und ja, ich habe auf das Tor geschießen und das war ein Tor. Aber das Spiel, ich glaube Bernhard war sehr stark für uns und man muss ein bisschen besser im Defensive spielen. Wenn wir 5-3 in das Spiel gewinnen und das geht zu Overtime, das ist nicht so stark von uns. Wir müssen es besser machen, aber das ist das siebte Spiel, so passt schon. Vor allem, es hat sehr viele Breakaways gegeben, im ersten Riedel auch. Für Bozen hat unser Tormann eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Woran muss man noch arbeiten, um da noch besser zu werden? Das muss hartere Arbeiten machen, das ist was das ist. Und ja, danke für Bernhard, das war sehr stark für uns Harte und das ist Eishockey. Ich habe gedacht, wir spielen im Salzburg gut und haben verloren. Das ist Eishockey und das sind zwei wichtige Punkte. Zum Schluss noch eine persönliche Frage, du bist jetzt Vater von Zwillingen geworden. Wie geht es der Mutter und wie geht es den zwei Kleinen? Alles gesund und gut, das ist was Wichtiges. Danke dir. Danke. Danke. Danke.